Tor auf zum Topagar-Schleppervergleich der stärksten Standardschlepper. Die Flaggschiffe müssen als erstes die strengen Abgasgesetze erfüllen. Und die Firmen bauen in die Topklasse die neuesten Entwicklungen ein. Wir vergleichen die stärksten Standardschlepper erstmals in der Praxis und auf dem Prüfstand. Es ist ein Test der Gegensätze. AdBlue gegen Partikelfilter, stufenlos gegen Powershift, Ackerklasse gegen Allrounder. Wohl selten hat uns ein Schleppertestprojekt so sehr beansprucht wie dieser Vergleich der aktuellen Königklasse. Case IH Magnum 340 EP Das größte Modell der fünf Typen der aktuellen Reihe aus dem Werk in Racine, USA. Der Motor von FPT, Fiat Powertrain Technologies, heißt Cursor 9. Er hat 8,7 Liter Hubraum und eine SCR-Abgasanlage. Die Nennleistung beträgt 276 kW oder 375 PS. Das Full-Power-Shift-Getriebe, 50 kmh, bietet 19 vorwärts- und vier rückwärtsgänge. Der Magnum teilt sich weitgehend den Antriebsstrang und die Kabine mit dem New Holland. Der FPT-Motor des Magnum zeigte sich vor allem unter Volllast von seiner besten Seite. Dazu kommt natürlich jeweils der AdBlue-Verbrauch. Der Schlepper ist auf dem Acker bei schweren Zugarbeiten in seinem Element. Dann harmonieren Motor- und Getriebeautomatik und das effiziente Getriebe sehr gut. Dafür ist der Magnum kein Transportprofi. Sein Fahrkomfort auf der Straße überzeugt weniger. Die Bedienung ist einfach, die Verarbeitung, vor allem der Kabine, könnte etwas besser sein. Punkten kann der Magnum vor allem beim Layout der Armlehne mit dem Folientasterfeld ICP. Wenn auch, alle Tasten gleichförmig gestaltet sind. Der Multifunktionshebel bietet viele Funktionen und ist klar zu bedienen. Nur die Tasten können etwas größer sein. Der Schlepper hat das schöne neue Touch-Terminal AFS Pro 700 mit Isobus. Fendt 939 Vario Der 939 rundet die 900er Reihe nach oben ab. Er wird im Fendt-Werk in Magdoberdorf gebaut. Die Nennleistung des 7,8 Liter Deutz-Motors 213-L064V beträgt 276 kW bzw. 376 PS nach IC. Das stufenlose Getriebe ML260 beschleunigt den Schlepper auf 60 kmh. Der 939 Vario ist mit einem SCR-Katalysator ausgestattet. Getriebe und Hinterachse finden sich auch in den Schleppern von MF und Valtra. Das Arbeiten mit dem Fendt macht Spaß. Der Schlepper zeichnet sich durch hohen Fahrkomfort bis 60 kmh aus. Die Bedienung ist übersichtlich und der Schlepper bietet viele Einstellmöglichkeiten. Motor und Vario-Getriebe harmonieren unter allen Testbedingungen. Die Messwerte des Motors und der Hydraulik sind keine Rekordwerte. Sie bewegen sich im Umfeld der anderen Testkandidaten. Der AdBlue-Verbrauch lag über dem Durchschnitt. Neben Valtra bietet Fendt als Einziger eine optionale Rückfahreinrichtung ab Werk an. Den großen Monitor haben wir bereits im Vergleich der Bedienkonzepte im Heft 1 2011 gelobt. Die Kombination aus Touchscreen und Dreh-Drückrad ist praxisgerecht, die Menüführung übersichtlich. Wir haben zwei John Deere im Test gehabt. Einmal den John Deere 8-335R als stärksten Powershifter aus dem Programm und den 8-360R mit stufenlosen Antrieb. Der 8-335R ist der stärkste Powershifter in der Standardklasse aus dem Traxtorenwerk in Waterloo mit 246 kW bzw. 335 PSN in Leistung. Der neue PSX-Motor hat 9 Liter Hubraum, gekühlte Abgasrückführung, Diesel-Oxidationskatalysator und einen Partikelfilter und kommt komplett ohne AdBlue aus. Das 40 kmh Full-Power-Shift bietet 16 Vorwärts- und 5 Rückwärtsgänge. Das Topmodell der Standardschlepper aus dem amerikanischen John Deere-Werk ist der 8-360R. Er hat 265 kW und 360 PS. Der John Deere Powertech-Motor PSX verfügt über die gleiche Technologie wie sein kleiner Bruder 8-335R. Der Schlepper hat das John Deere-eigene stufenlose Getriebe Autopower mit 50 kmh Höchstgeschwindigkeit, ist ansonsten baugleich mit dem 8-335R. Der Motor hatte vielleicht einigen Messpunkten einen geringfügig höheren spezifischen Dieselverbrauch. Doch durch die DPF-Technik kommt der John Deere komplett ohne AdBlue aus, sodass er in der Gesamtbilanz ziemlich gut dasteht. Das effiziente Full-Power-Shift-Getriebe ist sehr spartanisch ausgestattet und hat nur 16 Vorwärtsgänge und 5 Rückwärtsgänge. Die Automatik schaltet maximal 3 Gänge, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 kmh. Doch beim Fahrkomfort und der Ergonomie gehört der kleine Hirsch wieder zu den Besten im Test. 8-360R. Die Prüfstandergebnisse des Flaggschiffs reichen nicht ganz an die Werte des kleinen Bruders heran. Doch auch der große John Deere schließt den Test mit guten Werten ab und das ohne AdBlue-Verbrauch. Der stufenlose Antrieb ist leicht zu bedienen, ein Tempomat und eine Fahrpedalfunktion hätten im Testschlepper gut ergänzt. Sehr gut hat John Deere die Ergonomie in der Kabine gestaltet. Auch der Fahrkomfort auf der Straße ist prima. Fast alle Bedienelemente in der großen Kabine konzentrieren sich auf der gelungenen Armlehne. Es gibt bisher keinen Multifunktionshebel. Eingefleischte John Deere-Fahrer sehen das aber nicht als Nachteil. Der gute aktive Sitz kompensiert die fehlende Kabinenfederung. Die Einzelradaufhängung der Vorderachse arbeitet prima. Wir konnten außerdem einen 8-360-R mit Active Command Steering fahren. Die sensorgesteuerte Lenkung passt Lenkeinschlag und Kräfte an die Fahrsituation an. MF 8690 Der Schlepper kommt aus dem MF-Werk im französischen Beauvais. Der E3-Motor von EcoSiso Power hat einen Diesel-Oxidationskatalysator und einen integrierten SCR-Cut mit AdBlue. Das Triebwerk holt 250 kW bzw. 340 PS Nennleistung aus seinen 8,4 Liter Hubraum. Der stufenlose Antrieb Deiner VT 50 kmh und das Fahrwerk stammen aus Marktoberdorf. Damit ist der MF einschließlich Kabine weitgehend identisch mit dem Valtra S353. Der Schlepper profitiert von dem guten Getriebe und ordentlichem Fahrkomfort. Der SISO-Motor bewegt sich im guten Durchschnitt der Testgruppe. Die schöne Wendeschaltung, die geräumige helle Kabine und das praktische Speedsteer machen die Arbeit mit dem Schlepper angenehm. An einigen Stellen ist die Bedienung etwas umständlicher als bei den anderen Testkandidaten und auch die Lautstärke liegt über dem Schnitt der Gruppe. Den neuen MF Multifunktionshebel gibt es für die 8600er Reihe noch nicht. Die meisten Bedienelemente konzentrieren sich auf der Armlehne. Mehr Funktionen sind in das Terminal Datatroning CCD gewandert und lassen sich auch weiterhin per Display und Taste am Armaturenbrett einstellen. Doch die Menüführung fanden wir an einigen Stellen noch etwas unklar. Wie immer hat uns der MF Wendeschalthebel gefallen. Er vereint die Funktion Fahrtrichtung, Beschleunigen, Verzögern, Neutral und Parksperre. Dafür kann man die Fahrtrichtung an der Armlehne nicht wechseln. Die Fronthydraulik ist optimal im vorderen Achsrahmen integriert. New Holland T8 390 Der T8 390 kommt wie der Magnum von Case IRH aus dem CNH-Werk im amerikanischen Racine. Entsprechend sind der Motor, der komplette Antriebsstrang und die Kabine weitgehend baugleich. Der Schlepper hat im Vergleich zum Magnum einen 35 cm längeren Radstand. Außerdem liegt der Cursor-Motor von FPT, Fiat Powertrain Technologies, mit seinen 250 kW bzw. 340 PS hinter der Vorderachse des Schleppers. Das 19-4 voller Schaltgetriebe Ultra Command beschleunigt den T390 auf 50 kmh. Der FPT-Motor punktet mit sehr guten Verbrauchswerten. Dazu benötigte er allerdings auch AdBlue. Der New Holland machte vor allem auf dem Acker bei schweren Zugarbeiten eine gute Figur. Dazu trägt auch das Motorgetriebemanagement bei. Die Bedienung ist recht einfach, der Schlepper hat keine Geheimnisse. Nur auf der Straße bei Transportarbeiten konnte uns der Blaue Riese trotz des längeren Radstands nicht ganz begeistern. New Holland setzt auf die gefederte Frontachse Terra Glide und verabschiedet sich von der Supersteerachse. Durch den längeren Radstand ist der Wendekreis mit 13,90 m knapp 1 m größer als beim Case IRH. Gut hat uns die übersichtliche, elektrisch verschiebbare Sidewinder Armlehne gefallen. Die wichtigsten Funktionen sind auf einem Tastenfeld mit Schlepperumriss logisch zusammengefasst. Valtra S353 Das Topmodell der Fin wird wie der MF in Bouvet Frankreich montiert. Der 8,4 Liter Motor stammt aus Finnland von Sisu. Valtra gibt die Nennleistung des 4-Ventils Common Rail Motors mit 250 kW bzw. 340 PS an. Der Schlepper ist weitgehend baugleich mit dem MF. Das stufenlose Getriebe ML 260 bis 50 kmh und die Hinterachse kommen aus Magdoberdorf. Der Schlepper punktet mit ordentlichem Fahrkomfort und dem guten stufenlosen Antrieb. Die Getriebebedienung unterscheidet sich von den anderen stufenlosen und ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Generell sehen wir bei der Ergonomie des Schleppers und vor allem beim Monitor Verbesserungsmöglichkeiten. Die Lautstärke liegt über dem Durchschnitt. Die Schalter verteilen sich auf Seitenkonsole und Armlehne. Ein Multifunktionsgriff gibt es nicht. Viele Knöpfe haben die gleiche Form. Teils sind die Funktionen identisch gekennzeichnet, z.B. Cruise für Drehzahlspeicher und Tempomat oder es gibt unterschiedliche Namen für dieselbe Funktion. Das Layout des kleinen, bernsteinfarbenen Monitors ist dreigeteilt. In zwei Bereichen kann der Fahrer wählen, welche Informationen angezeigt werden sollen. Navigiert wird per Pfeiltaste, die Menüführung ist aber nicht immer logisch. Neben Fendt ist Valtra übrigens der einzige im Test, der ab Werk eine Rückfahreinrichtung anbietet. Eine wichtige Frage des Testes konnte jetzt endgültig beantwortet werden. Wer fährt günstiger, AdBlue oder Russfilter? Wir waren sehr überrascht über die Verbrauchswerte der beiden Abgassysteme. Sie liegen dicht beieinander. Zwar haben wir bei unserem Test keinen generellen Verbrauchsvorteil der SCR-Technik gefunden. Trotzdem führt langfristig wohl kein Weg vorbei mit AdBlue. John Deere hat bereits angekündigt, zur Abgassstufe 4 bzw. Tier 4 Final die Traktoren zusätzlich mit SCR-Cuts auszurüsten. Mehr Details zum Test lesen Sie im aktuellen Heft von Top Agrar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017